Ja, meine Fußballfreunde, ihr wisst ja, mir fehlen die Worte. Ich melde mich ja sonst nie in der Pause, aber heute muss ich mich melden. Das ist eine grottenschlechte erste Halbzeit. Da ist gar nichts, da ist keine Bewegung, da ist kein Außenspiel. Also im Grunde genommen, wenn ich die Mannschaft bewerten soll, bis auf heuer Fernandes, der uns ja immer noch ins Spiel gehalten hat bei den 0-0, war das absoluter Schock, was da gespielt wird. Das muss man so sehen. Also ich bin gespannt, wie die zweite Halbzeit läuft. Also so kann es nicht weitergehen. Ich wollte mich noch mal kurz melden, nicht, dass ich denke, ich finde das gut, was sie da machen. Grottenschlecht in meinen Augen, grottenschlecht. Ich bin so enttäuscht, das glaubt ihr gar nicht. Und andere Leute auch. Und wieder gegen so einen Gegner sich so aufkontern zu lassen, das geht überhaupt nicht. Da hätte ich mit meinen beiden kaputten Hürsten noch mitspielen können. So viel Tempo war da drin. So, jetzt habe ich das mal abgemerkt. Jetzt bin ich morgens mal wieder weitergegangen. Hau rein, bis dahin und tschüssi.